Hallo lieber Zuschauer, in diesem kurzen aber informativen Video habe ich für Sie die Highlights und alle Tore des Spiels gesammelt. Bitte abonnieren und liken, bevor Sie das Video ansehen. Denn ich bin schon lange nicht mehr dort und das wird mir eine gute Unterstützung sein. Und wir beginnen den Rückblick mit den Startaufstellungen der Mannschaften. Schreibt übrigens in die Kommentare, ob ihr auch den FC Bayern unterstützt. Hier sehen wir den Anfang des Spiels und die Bayern begannen wie immer glänzend, leider können wir aus urheberrechtlichen Gründen keinen Fußball zeigen. Also habe ich ein Spiel im Spiel PES 21 gespielt, vielen Dank, dass Sie sich die Herren über das Spiel angesehen haben. Lesen Sie die Beschreibung des Videos. Vielen Dank. Bitte abonnieren und liken, bevor Sie das Video ansehen. Denn ich bin schon lange nicht mehr dort und das wird mir eine gute Unterstützung sein. Und wir beginnen den Rückblick mit den Startaufstellungen der Mannschaften. Schreibt übrigens in die Kommentare, ob ihr auch den FC Bayern unterstützt. Hier sehen wir den Anfang des Spiels und die Bayern begannen wie immer glänzend, leider können wir aus urheberrechtlichen Gründen keinen Fußball. Bitte abonnieren und liken, bevor Sie das Video ansehen. Denn ich bin schon lange nicht mehr dort und das wird mir eine gute Unterstützung sein. Hallo lieber Zuschauer, in diesem kurzen aber informativen Video habe ich für Sie die Highlights und alle Tore des Spiels gesammelt. Zeigen. Also habe ich ein Spiel im Spiel PES 21 gespielt, vielen Dank, dass Sie sich die Herren über das Spiel angesehen haben. Lesen Sie die Beschreibung des Videos. Vielen Dank.